Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett und Der Traum eines lächerlichen Menschen Nach den gleichnamigen Erzählungen von Fyodor Dostoyevsky in einer Bühnenfassung von Frank Kassdorf Regie Frank Kassdorf St. Petersburg, eine abendliche Straßenszene Ein herrschaftlicher älterer Mann im Waschbärpelz Redet verworren auf einen jungen Mann aus einfachen Verhältnissen ein Der vor einem Mietshaus auf das Erscheinen seiner heimlichen Geliebten wartet Der ältere Herr bezeichnet sich als Junggesellen und als einen Unzurechnungsfähigen, einen fast Wahnsinnigen Tatsächlich ist er besessen und nicht minder gedemütigt von seinem Verdacht Alsbald seine Frau mit ihrem Liebhaber in Flagranti zu ertappen Und gerät auf seiner Verfolgungsjagd in zunehmend absurde Situationen Selbstverständlich dreht es sich um ein und dieselbe Frau, auf welche die beiden Herren warten Diese vergnügt sich derweil im obersten Stockwerk des Hauses mit einem anderen Jedoch kann sie beim nachfolgenden Zusammentreffen alle drei Männer mit spielerischer Raffinesse von ihrer Unschuld überzeugen Am darauffolgenden Abend wird der gehörnte Ehemann namens Chabrin erneut von rasender Eifersucht gepackt und folgt seiner Gattin Glavira heimlich in die Oper Dort fällt ihm ein verräterisch stuftender Brief in die Hände mit eindeutigem Hinweis auf ein heimliches Rendezvous Chabrin stürzt siegessicher zu dem genannten Treffpunkt Doch irrt er sich in der Etage und muss sich im Schlafgemach der herrschaftlichen Wohnung in die er fälschlicherweise eindringt sogleich unter dem Bett einer fremden, erschrockenen Frau verstecken um nicht selbst für einen Liebhaber gehalten zu werden Unterm Bett verbirgt sich jedoch bereits ein anderer Mann Die Situation wird zunehmend grotesk als kurz darauf der greisenhafte, kranke Ehemann der jungen Dame das Schlafgemach betritt Die Männer streiten leidenschaftlich um ihren Platz unterm Bett Das klaffende Schoßhündchen der Gattin überlebt dies nicht und schlussendlich lösen Chabrins absurde Erklärungsversuche einen Lachkrampf bei dem Ehepaar über diesen unfreiwilligen Komiker aus Wirklich, so etwas kommt sonst nur in Romanen vor Frank Kastor verknüpft diese Wodwil-artige Erzählung über den Dämon der Eifersucht aus dem Jahr 1848 mit einer späten Erzählung Dostoyevskys, die er vier Jahre vor seinem Tod schrieb Der Traum eines lächerlichen Menschen handelt von metaphysischen Themen wie dem logischen Selbstmord, der Rebellion gegen Gott, dem Sündenfall, Nächstenliebe und Demut bis hin zur ersehnten Kreuzigung des Ich-Erzählers Albert Camus schrieb treffend Alle Helden Dostoyevskys fragen sich nach dem Sinn des Lebens Darin sind sie modern Sie fürchten die Lächerlichkeit nicht Darin unterscheidet sich das moderne Empfinden von dem klassischen Dieses lebt von moralischen Problemen, jenes von metaphysischen Bei Dostoyevsky wird die Frage derart eindringlich gestellt, dass sie nur zuletzten Lösungen verpflichten kann Das Dasein ist trügerisch oder es ist ewig Wenn Dostoyevsky sich mit dieser Untersuchung begnügte, wäre er Philosoph Aber er gibt ein Bild der Folgen, die diese geistigen Spielereien für ein Menschenleben haben können und insofern ist er Künstler Frank Kastorff inszenierte bereits bahnbrechende Dostoyevsky-Adaptionen von Dämonen, Erniedrigte und Beleidigte, Der Idiot, Schuld und Sühne, Der Spieler, Die Wirtin, Die Brüder Karamazov und Ein schwaches Herz Mit einer monumentalen Faustinszenierung beendete der vielfach ausgezeichnete Regisseur im Sommer 2017 seine 25-jährige Intendanz an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, welche das deutschsprachige Theater aufgrund ihrer radikalen, avantgardistischen Ästhetik und ihrer politischen Positionierung aus der Perspektive des Ostens fundamental geprägt hat In Zürich inszenierte Frank Kastorff zuletzt Amerika nach dem Roman von Franz Kafka Bezogen auf den Autor Dostoyevsky sagt der Regisseur Dostoyevsky hat seine eigenen Abhängigkeiten, die Spielsucht, die Hörigkeit gegenüber Frauen und dass man seiner Eifersucht nicht Herr wird All diese obsessiven Dimensionen hat er nie versucht glatt zu bügeln oder zu leugnen sondern er hat sie literarisch verarbeitet Wir gehen da heute mit dem Instrumentarium von Freud heran, der Dostoyevsky in seinem Essay Dostoyevsky und die Vatertötung auch analysiert hat wegen seiner Epilepsie, die er als Schuldnerose diagnostiziert Dieser Ansatz ist mir zu gegenwärtig Man kann Dostoyevskys merkwürdiges Leben wahrscheinlich nur verstehen in diesen Phasen, die er hatte Und die fremde Frau und der Mann unter dem Bett ist in seiner ersten Phase entstanden Scheinbar kann man lachen, aber wenn man die Dialoge genauer studiert, die keine französischen Dialoge sind Erkennt man, dass der eine oft schon vorweg nimmt, was der andere meint Der russische Literaturwissenschaftler Michael Bachtin hat dieses Polyphone Erzählen Dostoyevskys genau beschrieben Das war avantgardistisch und es ist nach wie vor einmalig In dieser Polyphonie schreibt er später Auch seine großen Romane, sozusagen in der dritten Phase, also lange nach der Katorga, nach seiner Verbannung in Sibirien Zum Beispiel in Der Idiot, Die Dämonen, Der Jüngling und Die Brüder Karamazov Aber bereits in dieser frühen Erzählung merkt man, wenn die beiden wartenden Männer vor dem Haus stehen Und der Ältere fragt, was machen sie eigentlich hier? Und der Jüngere entgegnet, und sie? Dass beide viel mehr voneinander wissen, als sie sagen Das sind komische Dialoge in einer dramatischen Situation Aber nicht im Sinne von These, Antithese und Synthese Sondern die Menschen wissen viel mehr Sein ist mindestens Zweiheit Sein heißt Dialog Und häufig kommen in dieser Polyphon-Struktur bei Dostoyevsky viel mehr als zwei Stimmen zu Wort Wie verschiedene Stimmen miteinander sprechen, ohne dass wir etwas von ihnen wissen Die Psychoanalyse hat ja später versucht, solche Gedanken aufzunehmen Das findet man bei Dostoyevsky schon in einer sehr poetischen und ursprünglichen Form Nietzsche hatte ja über Dostoyevsky gesagt Er sei der einzige Psychologe, von dem er etwas zu lernen hatte Und nur er könne das neue Evangelium schreiben Dostoyevsky hat schon viel vorweggenommen von dem, was Nietzsche später schreibt Zu der humoristischen Erzählung Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett Kommt also der Traum eines lächerlichen Menschen In welcher der Ich-Erzähler über sich selbst sagt Ich bin ein lächerlicher Mensch Alle haben über mich gelacht Eines Tages gehe ich durch die Stadt Sehe in den Himmel und erkenne Ist doch alles überflüssig Was bin ich? Was war ich? Nichts Vielleicht früher Dann sehe ich wieder hin Auch früher war ich nichts Ich werde nichts sein Was für eine Lösung gibt es? Ich habe mir eine wunderschöne Pistole gekauft Die kann ich ja einsetzen und mich einfach wegpusten Und also sieht er sich seine Pistole an und sagt Das ist ein guter Gedanke Und er geht auf die Straße und denkt darüber nach Dort begegnet er einem kleinen Mädchen Kinder sind bei Dostoyevsky ganz wichtig Sie sind die Opfer, die Autonomen Und sicherlich auch immer die Zukunft Oder die Alternative zum bisherigen Leben Sie tauchen häufig in entscheidenden Momenten auf Da kommt also etwa ein acht Jahre altes Mädchen zu dem Mann Vermutlich hat sie gerade etwas Furchtbares erlebt Vielleicht ist ihre Mutter gestorben Sie sagt etwas, was sich anhört wie Mama, Mama Man kann es nicht richtig verstehen Und er ist unwirsch Der Mann, der sich töten will Stampft mit dem Fuß und schubst sie weg Das Kind kommt wieder Und er stößt es wieder weg Das Kind läuft hilfesuchend weiter Und verliert sich in der Stadt St. Petersburg Der Mann geht nach Hause Und kann nicht mehr aufhören An das Kind zu denken Er denkt darüber nach Dass Träume vielleicht weniger mit dem Verstand Und mit der Vernunft zu tun haben Als mit dem Wunschleben der Menschen Und sein Wunsch heißt womöglich Dass man nicht nur eine Verabredung darüber hat Was Glück und Leben heißt Sondern, dass man über das Glück Und das Leben selbst nachdenkt Und er denkt dabei an das Kind Er geht das Kind suchen Und am Schluss der Erzählung heißt es Und jetzt gehe ich Jetzt gehe ich Geht er in seinen Selbsttod? Man weiß es nicht Aber Dostoevsky schildert hier Traumwelten so Dass man bereits an die Traumanalyse Von Freud denken kann Diese Aufarbeitung von Träumen Finde ich hochinteressant Die Erzählung stammt aus Dostoevskys Spätphase In den 70er Jahren hat er sie geschrieben Im späten 19. Jahrhundert In dem die Form des inneren Monologs In der Literatur und im Theater Große Resonanz erfährt Diese beiden Erzählungen zusammenzubringen Könnte Spaß machen Die eine trage komisch Der alte Mann und die fremde Frau Hat der Ehemann einfach Albträume der Eifersucht? Und beim Traum eines lächerlichen Menschen Denkt man wiederum an Nietzsche An den Selbstmörder Kirillow Aus Dostoevskys Roman Die Dämonen Welcher den Gedanken verfolgt Frei sein heißt Sich selbst töten Und damit Gott außer Kraft setzen Denn Gott ist tot Dostoevskys endlose Dialoge Die er geschrieben hat Warum sind die so lang? Die sind eben wie die Volga Das ist kein klarer Bergsee Von Johann Wolfgang von Goethe Sondern das ist die Volga Die alles mit sich reißt Seine Literatur Dostoevsky hasste die Deutschen Als er in Dresden war Und die Schweizer nicht weniger Als er hier war Aber sein Hass War immer auch ein Selbsthass Ein Dialogangebot Und keine Vorverurteilung Und das ist das Interessante Er sagt Wenn unser Paradies Nur dadurch erreichbar ist Dass der Mensch Ein glückliches Schwein wird Dann verzichte ich darauf Dafür stehe ich nicht zur Verfügung Oder wie der russische Schriftsteller Leskov gesagt hat Lieber ein unglücklicher Mensch Als ein glückliches Schwein Dieses Unwohlsein mit dem Was Reichtum ist Ist entscheidend in seinem Werk Und wir wissen ja Der Reichtum, den wir haben Der ist geborgt Oder erobert durch Kolonialismus Ich will bloß sagen Die Umgebung, die wir haben Ist sehr unterschiedlich Die Inseln des Paradieses Sind wirklich überschaubar Im Theater ist es oft gut Wenn man etwas nicht hat Dann muss die Fantasie es ersetzen Und das ist dann zwar nicht richtig Aber Kunst ist nie richtig Kunst ist gut oder schlecht Ganz einfach Mich interessiert an Dostoyevsky Das Paradoxale Die Schnellspur der Erkenntnis Ist zumindest in der Kunst Das langweiligste Audioeinführung von Amelie Joanna Haag Gesprochen von Robert Rosic Schnellspur Ausouvert